Herr Rausfuhr, bitte ganz kurz noch. Also ich behaupte, wenn Gesundheit so gut organisiert wäre in der Schweiz, die Krankheit, dann würden die Zahlen vielleicht ein bisschen anders aussehen. Also Gesundheitsförderung, Prävention wäre ganz, ganz wichtig. Es müsste vieles nicht sein, was ist, weil man weiss, ob eine Krankheit dann entsteht. Und darum, ganz, ganz ein grosses Wort an die Gesundheitsförderung. Dort müssen wir investieren, dort können wir für die Zukunft das stoppen. Und ich hoffe nicht, dass das zutrifft, wo der Brunner gesagt hat, dass das jetzt einfach immer weitergeht. Immer steigt sie, dass sie ja siehört zusammen. Jetzt vielmals, die Wurftungsunterförderung haben wir gerade alle unterstützt.